Und ich wollte mal ein Video machen, um zu zeigen, hey, erstens, ich existiere noch, und zweitens, was genau tue ich und warum mache ich keine Dota-Casts mehr? Denn es ist ja prinzipiell jetzt seit knapp sechs Monaten her, seit dem letzten Cast, ein bisschen kurz während ESL1, aber das war ja wirklich nicht ganz das, naja, es war halt nur ein einmaliges Ding. Mein Problem ist halt gerade, dass ich mit der Arbeit angefangen habe, nach dem Studium ist halt die Zeit ein bisschen weniger, und da bin ich jetzt Pendler durch Deutschland, was prinzipiell heißt, LTE, crappy Hotels, und dementsprechend kein Internet. In der Unterkunft, wo ich bisher gerade bin, ist gar kein Internet, von daher ist es halt im Stream schlecht, beim Dota-Casts geht es gerade so mit LTE, aber mehr ist halt auch nicht zu machen. Dementsprechend ist es gerade schlecht, Videos zu machen, ich versuche jetzt gerade ein bisschen irgendwie wieder reinzukommen, ein bisschen was zu organisieren, vielleicht ein bisschen Offline-Casts zu machen. Aber, naja, generell, klar, LTE ist da, aber, ja, ich bräuchte ungefähr so irgendwie 60 GB im Monat, um jeden Tag ein, zwei Stündchen zu streamen. Und das kostet ein bisschen viel, beziehungsweise auch nicht so ganz verfügbar. Ja, so sieht es halt aus. Meine bisherige Lösung für das Problem war, von wegen, okay, ich kann halt daheim nicht streamen, weil zu wenig Upload, versuche ich das Ganze über In-Home-Streaming. Okay, vielleicht, bei Steam gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr Spiele von einem Rechner zum anderen streamt. In-Home-Streaming ist eigentlich dafür gedacht, das Ganze zu Hause zu machen, aber das geht halt auch im Internet. Von daher habe ich mir gedacht, okay, ich stelle mir mal einfach meinen Rechner in die Uni und den anderen Rechner oder meinen Laptop einfach, den ich dabei habe, habe ich halt daheim. 16 MBit reichen locker zum Streamen, also locker. Versuchen wir es mal so, das Problem ist leider, dass es halt, ja, es ist, glaube ich, drinnen relativ okay. Wirklich, wenn du ein stabiles Netz hast, aber über Internet, das ist halt immer ein bisschen crappy. Außerdem, ja, über das Internet, sprich, es sind VPNs drin, es ist Routing drin, es ist, du musst das irgendwie anmachen, du musst über VNC quasi dahin connecten. Dann das dort anwerfen und dann bei deinem Steam das anmachen und da sind halt irgendwie 5, 6 Dinge noch dran beteiligt, weshalb das Ganze ein bisschen komplexer ist. Ich habe darüber schon gezockt. Das Problem ist, das Streamen ist immer was anderes, weil ihr habt das beispielsweise bei anderen Castern gesehen, beispielsweise bei Pimp Muckle, der halt regelmäßig seine Videos zu seiner Battle Station oder seine Bilder zu seiner Battle Station postet. Er hat halt drei Bildschirme stehen, wenn du das über Steam In-Home Streaming machst, hast du halt einen Bildschirm, den du über VNC, also Remote, anguckst. Ja, und dann streamst du halt dort und das Ganze ist halt Vollbild, sprich, ich kann nicht auf einen anderen Bildschirm switchen, weil das VNC nicht so ganz hergibt. Von daher ist Streaming halt sowieso so eine Sache. Deshalb war das ein guter Versuch. Es hat auch zu einigen Bug Reports bei Steam In-Home Streaming geführt von mir, aber ja, auf Dauer oder für Production ist es nicht wirklich sinnvoll. Deshalb momentan, bin momentan wieder in einer Situation mit relativ stabilem Internet, deshalb versuche ich halt ein bisschen Offline-Casts zu machen und die dann über Nacht hochzuladen auf YouTube. Das seht ihr auf dem Channel hier, ist es so. Das ist die andere Sache, ja, ich habe Call of Duty 6 durchgezogen, also Black Ops 3, was auch immer das für ein Call of Duty ist. Gerade Fallout 4 am Ende und dann ist ja noch Just Cause 3, was ich gerne zocken würde. Von daher Einzelspieler-Sachen ohne Internet gibt es doch genug. Aber ich versuche jetzt ein bisschen wieder ranzukommen, denn die Zukunft ist es halt entweder, ich fixe das In-Home-Streaming, was tatsächlich jetzt irgendwie mein Plan geworden ist. Dann halt aufnehmen via YouTube, was ich halt machen werde. Aber halt generell, generell mal ein bisschen wieder reinkommen. Im Laufe des nächsten Jahres wird das so sein, dass ich manchmal in Mannheim in so einem crappy Haus ohne Internet bin und manchmal in Bayern in so einem Dorf, wo ich halt ein Appartement bekommen werde. Und ich glaube auch mit genug Uploads, weil ich das sehe oder könnte, mit genug Upload, um dort halt wieder ein Streaming-Halbwegs-Studio aufzusetzen und dann halt wieder richtig anzufangen. Auch wieder unterbrochen mit ein, zwei Monaten vielleicht nichts, weil Vorlesungen in Mannheim, kein Internet und generell vielleicht Klausurenphase, hey, könnt ihr auch noch kommen. Aber das ist halt so der Plan. Prinzipiell halt irgendwie wieder reinkommen, in der Szene wieder aktiv sein, community-wise, ein bisschen Tournaments langsam casten, um dann vielleicht im nächsten Juni dann halt wieder richtig aktiv zu sein, um halt in der ASL One mitzumischen. Weil da hat man letztes Mal gesehen, da ist viel Potenzial. Und wenn man da ein paar Monate vorher sich drum kümmert, können wir da durchaus auch als deutscher Cast irgendwie ran und was Cooles machen, auch hinter den Kulissen und nicht halt irgendwo unten im Infield. Ist die Atmosphäre cool, aber der Rest ist halt ein bisschen crappy und irgendwann wird das Internet abgeschaltet, weil hey, da ist ja keiner mehr außer wir, die wir gerade das Grigionale casten. Ja, das war ein bisschen, wie das halt so aussieht. Aber das ist halt so der Plan. Ja, so sieht das halt das Ganze aus. Ich habe jetzt gestern herausgefunden, dass der Open Broadcaster Software, die halt von vielen benutzt wird, neben XSplit, Multiplattform bekommen hat. Multiplattform heißt, dass das jetzt auch Linux-kompatibel ist und OBS war prinzipiell mein einziger Grund, auf Windows zu streamen. Von daher haben sich da auf einmal, prinzipiell war es halt sonst, okay, ich habe dieses Windows und da muss ich gewisse Dinge relativ, ja, schwierig aneinander patchen. So zum Beispiel mehrere Audiogeräte. So OBS kann halt einen Input. Weißt du, du hast hier einen Input rein und einen anderen Input rein. Und normalerweise kannst du halt zwischen einem von beiden wählen. Dann hast du irgendwie Dota, was reinkommt, Teamspeak, was reinkommt und Musik so. Und die musstest du halt irgendwie verbinden und dann halt virtuelle Audio-Cables zu machen, um halt immer genau zur richtigen Zeit das Richtige anzumachen. Und dass halt die Musik im Hintergrund läuft und ich kann während des noch reden beispielsweise, dass ich halt nicht alles muten muss. Dass dieser Rechner halt nicht, okay, alles, was auf diesem Rechner zu sehen ist, ist Streaming. Und ich kann mit dem Rechner nichts mehr machen in der Werbung oder in der Pause. Also das ist halt momentan halt der Fall gewesen. Sehr viele Hacks auf Windows, sehr viele Probleme. Jetzt ist Linux kompatibel und da kann man dann sowas machen wie irgendwo eine schöne VM aufsetzen mit mehreren Displays, die man verschieden gleichzeitig auch angucken kann. Während auf dem einen Vollbitlauf wird aufgenommen, dann hast du Teamspeak, dann hast du generell in Puls Audio schon eingebaute virtuelle Quellen. Und da kann man die einzeln schön zusammenmischen. Kann halt sagen, okay, hier Equalizer dafür, Equalizer dafür, Equalizer dafür. Und außerdem auf Knopfdruck jetzt umschalten zwischen Musik, Teamspeak, dass man halt während der Pause im Prinzip Musik anmachen kann, die man selber nicht hört, mit Teamspeak, mit seinem Co-Caster weiterquatschen kann, was man im Stream nicht hört, Dota muten kann, was im Hintergrund mal weiterläuft, aber man selber flächig hören will und der Stream nicht hören will. Das sind halt so diese verschiedenen Audioquellen, die halt gemanagt werden müssen, während man streamt. Und das ist unter Linux einfacher, okay, nein, es ist eingebaut möglich. Die Programme, die unter Windows existieren, sind relativ cool, relativ fancy, aber es ist halt wieder so ein Programm, was halt diesen Platz im Bildschirm belegt. Und da hast du im Endeffekt halt wirklich diese drei Monitore. Unter Linux kann man das automatisiert machen. Natürlich ist es wesentlich komplizierter, hey, das ist Linux, aber sollte ich hinbekommen, sind einfach wesentlich viele mehr Möglichkeiten da, auch besonders über das Streamen, weil ich halt nicht nur diesen einen Windows-Bildschirm habe, wo ich verschiedene Fenster hin und her klappe, sondern ich habe halt mehrere virtuelle Screens hintereinander, wo ich halt in jedem einzelnen definiert ein Programm laufen lassen kann. Und das halt auch von Weitem halt auf meinem Laptop kann ich beispielsweise hier, habe ich hier irgendwie Teamspeak und Musik laufen auf dem entfernten Bildschirm. Hier habe ich meinen Dota und dann habe ich einen zweiten Bildschirm, wo ich die Software bearbeite beispielsweise. Und das aber auf verschiedenen virtuellen Displays, sodass halt nur der eine davon auf dem Stream zu sehen ist logischerweise. Aber ich kann verschiedene von verschiedenen Geräten gleichzeitig angucken, um das halt so ein bisschen verteilen. Ja, man merkt schon, ich nerdere da ein bisschen rum. Ich finde es ziemlich geil, endlich Linux und so, das ist aber sehr viel Arbeit. Das werde ich vor Januar nicht schaffen, weil Mitte Januar ist eine Klausur. Von daher werde ich hoffentlich jetzt noch ein paar Casts hinbekommen, dann für die Klausur lernen. Und sobald die Klausur rum ist, hoffentlich ein cooles Setup zusammenbauen, was zum einen wieder Lust gibt, ein Setup bauen, zu casten und einiges an Software, was ich in Entwicklung hatte, noch weiterzubauen, sodass besser die Overlays automatisch geswitcht werden, was halbwegs fertig war. Außer für Linux. Ja, jetzt unter Linux zu streamen wird jetzt spaßig. Und so Dinge wie, ich habe ein Fenster, wo ich alles klicken kann, was dann automatisch sagt, hier nächstes Game und dann switchst du es um, der gegen den. Und diese fancy Werbescreens, die man bei den ganzen sieht, wer gegen wen, mit Logo, mit Teamname und so, kann ich halt da zusammenbasteln, kann halt direkt umschalten und kann halt die Anzeigenscreens direkt definieren, kann einen Timer einbauen. Das ist halt alles fancy und man muss halt nicht es quasi vorher schon für alles fertig haben, sondern es wird halt automatisch generiert. und dann kann ich auch direkt so sagen, klick, Twitter und dann postet der aktuell, wer gegen wen spielt, wann es losgeht, direkt auf dem Twitter und im Twitch-Chat den Twitch-Chat-Titel automatisch umbauen und all so fancy Stuff. Ja, nimmt mir die Arbeit ab, hatte ich mal Plan, aber jetzt halt ohne Carsten war halt auch einfach die Motivation nicht da, daran weiterzumachen. Von daher hoffe ich, dass das alles weitergeht und vielleicht ein bisschen ins Carsten wieder reinkommen. Ich hoffe und hoffentlich ihr auch hofft, dass man bald wieder von mir hören wird. Ich versuche langsam wieder Fuß zu fassen in der Szene. Das war das Status-Update für Dezember und es wird hoffentlich nicht das letzte gewesen sein. Macht's gut, ich hoffe man sieht euch, man sieht sich und stay tuned auf diesem Kanal. Gute Nacht!